Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ja, es hat lange genug gedauert. Ich war jetzt zweieinhalb Wochen daheim, bin immer noch nicht zu 100% fit. Wenn es genau nimmst, ich hätte gerne noch zu Hause bleiben. Ich fahre auch Kieper heute Morgen. Ich war gerade in Saarbrücken auf der Baustelle, habe dort jetzt Betonaufbruch geladen. Ich denke, das werde ich den Rest vom Tag machen. Sorry, ich habe gerade am letzten Wochenende ein bisschen, es wird mir wirklich leid, ich konnte einfach nicht. Ich habe auch vergessen zu schreiben. Hallo, Dienstagmorgen haben wir es schon. Ich bin in meinem Fahrzeug unterwegs. Wenn ich jetzt getankt habe, dann fahre ich raus nach Worms. Obwohl unser Klimaanbrecher, der geht wieder raus nach Mannheim. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal tanken. Ed Blue reicht noch für heute. Diesel ist unter Viertel. Wird gleich die Reserve angehen, denke ich. Erstmal verlaufen. Ich bin blöd gefahren. Warum nicht rasiere ich den Zaun nicht ab? Ich weiß nicht, ob man hier geht. Bin ich blöd gefahren, ja. Irgendwie. Ich bin blödsinn. Ich bin blöd gefahren. Ich bin wappel gefahren. Ey. So Ich bleib schon durchstehen, also das war nur Drehly-talented, wenn man das Club-Gab, ja, komm ich doch mal nach oben. Wie komm ich da rum, ja? Äh, Kollege, ich bin schon raus. Sorry. Oh, die fahr vorher. Okay, also ich geh davon aus, ich werde im Anschluss wieder Kieber fahren. Zack ich jetzt einfach mal so. So. Das steht auch hier oben. Alles hier oben. Wollte passen. Ganz Heck schon rauslaufen lasse ich jetzt, ne? Ach, Weile. Naja, alles gut. So, jetzt sind wir hier ready. So, dann stehen wir gleich richtig rum, dann können wir gleich laden. Dann gehen wir hier ab. Jetzt stehen wir gerade. Gut. Ok, eigentlich geht's. Undan geht's. ihrer auf an Wöh Ja, was ist. Was ist, so, ja. Weil ich nicht ganz rumkomme, denke ich. Weil ich ein bisschen über die Verkehrsinseln gefahren bin. Was heißt Verkehrsinseln? Wo ich die Pottsteine fahren muss. Geht mir mal aus davon. Willst du schon reden? Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich bei der Pottsteine. Naja. Auch nichts, wenn es nicht geht. Nicht schön, aber selten. So. Warten, bis die Kollegen weg sind. Mal durch die Wiese. Es. Naja. Batsch. Batsch. лив gars. Timo. Insel. Midsel. Abide! 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 Vielen Dank. Ich muss den Weitwinkel anmachen, dass ich mein Heck sehe. Ich muss den Weitwinkel anmachen. Steht der Brecher schief oder die Tieflade schief? Ich denke, das sollte so passen. Ich muss den Weitwinkel anmachen. Ich muss den Weitwinkel anmachen. Ich fahre jetzt runter nach Mannheim. Mannheim, Spinelli. Schauen wir mal, was es dann gibt. Also, ich gehe davon aus, dass ich dann wieder nach Hause fahren, wieder auf den Kiefer gehen werde. Dann gehe ich mal davon aus. Dann wahrscheinlich irgendwie Golfplatz oder sowas fahre den ganzen Tag. Irgendeine, sorry, Deckentour. Das ist genau das Richtige für mich. Das Gute ist, ich komme dann beim Metzger vorbei. Die ist anscheinend immer noch hier näher dran. Irgendwas ist neu. Blöd gelöst. Egal. Mal gucken, wo wir hinfahren. 100 Meter ohne wieder reinfahren. Ich glaube, wir können ja noch hin raus jetzt. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Mal gucken, der Kollege wird schon weg sein, denke ich. Gehe ich mal aus davon. Sieht mal so aus. Sieht hier mal so aus. Der Bagger steht hier rechts. Wir können mal die Hühner wieder rausfahren, okay. So, die Buchen liegen. Und jetzt mal so aus. Ich bin hier jetzt. Und hier jetzt. laden. Erstmal schiebe ich mal Tiefbett zusammen. Dann lade ich 934, dann geht nach Kaiserslautern in die Vogelwehe. Die Wohlfahrer-Gang ist hier unterwegs. So, das Tiefbett schiebe ich hier zusammen auf dem festen Boden. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist es einfach noch nicht, das geht einfach noch nicht, ich kann nicht, keine Ahnung. Morgen früh gleich einen Termin beim Doktor, den habe ich schon. Sorry, mache auch Schluss jetzt. Bis zur nächsten Folge, ciao. Bis zur nächsten Folge.